Willkommen zu einer neuen Folge. Wir starten das Level neu. So, fünf Leben quasi. So, fünf Leben quasi. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein Leben auf der Strecke hier. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein Leben auf der Strecke hier. So, das lief doch schon mal ganz gut. Zack. Die Äpfel lass ich da mal. Äh, okay. Darf ich schon mal der Elbe stellen? Ähm, ich glaub die Todesrute lass ich jetzt mal außen vor. Ah. Ah. Wie soll ich denn das aktivieren? Achso. Achso. Ach, da rutscht niemand sie mal rüber. Shit, hätt ich mir auch sparen können. Oh Gott, das war knapp. Wie ist noch ein Zusatzleben? Äh, what? Am wenigsten ist da gleich ein Checkpoint. Warte, 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 warte. Interessant. Ähm. Oh, schaff, da kommt gleich ein Checkpoint bei der Stelle. Aber du hast die Lücke eben auch nur geschafft. Hüh. das okay hier würde ich vielleicht die alternative route doch noch mal probieren dann gleich machen komm bei wie viel prozent sind wir eigentlich 54 ich glaube im teil 1 290 das werde ich nicht da recht die ich mit tiefen noch ja 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 so sind wir nicht Checkpoint 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 Shit wiese ich hoffe das geht trotzdem noch andererseits klar wir sind davor mit sicherheit gestorben wir brauchen die erfüllten einen Nein, 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 nein! War das nicht hier? Nee, oder? War noch nicht hier. Hä? Achso. Doch, das war da. Wir haben schon verkackt. Oder? Scheiße. Oh, wegen dieser Innenstelle. Nervig. Am wenigsten haben wir gleich noch ein Leben. Was? Ach, vielleicht auch darauf geschissen jetzt, wenn wir es eh nicht... Wir können nicht beenden. Okay, jetzt geht's. Das ist natürlich ärgerlich, ey. Ich will aber nicht aufgeben. Ich will das schaffen. Ich will das machen. deswegen wird er nicht einfacher und dann jedes mal diesen abschnitt noch mal spielen vom checkpoint aus ist natürlich auch ein bisschen nervig so 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 Oh, das verknappt. Oh, das verknappt. Shit. Wie? Warum ist die jetzt nicht da? Darf ich die Maske auch nicht verlieren oder was? Oh. Wie? 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 Ich hoffe es liegt jetzt echt an der Maske ansonsten. Habe ich keine Ahnung was ich vorhin anders gemacht haben soll. Königstens bringt uns das nochmal ein Leben. Das ist ein Leben. So, jetzt kommt die haarige Stille. Vielleicht sollte ich die noch einfach überspringen. Nein! Ich hatte es doch eigentlich. Das Gute ist, dass wir Leben bestehen werden, wenn man die hier sammelt hat. Das Gute ist, dass wir hier nicht so weit weg sind. Ich bin der Fall im Kord. Ich bin der Fall im Kord. Ich habe die hier nicht so weit weg. Ich bin der Fall im Kord. Ich bin der Fall im Kord. Ich bin der Fall im Kord. Das war's. Wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, um Leben zu sammeln, so einen kleinen Abschnitt zu machen, den man gut kann. Und wo es auch Gutäpfel und so weiter gibt. Den einfach immer wieder spielen, wenn wieder drin. So, da sind wir wieder. Ja. Ey, weh. Weh, das Scheißding ist nicht da. Wieso ist es nicht da? Das war doch hier, oder? War das nicht hier? Ich bin gerade echt angefressen, muss ich sagen. Da war's. Scheiße. Das heißt, wir haben es vielleicht die ganze Zeit umsonst gemacht. Äh. Egal. Noch ein bisschen Leben gesammelt. Und ich war voll felsenfels überzeugt, dass es da vorne schon war. Gut, dann ist der Weg zum Checkpoint dahin nicht ganz so kritisch. Okay. Okay. Ah, genau das. Hab ich vermutet. Ich mein, da ist es jetzt ganz gut, dass wir zwei Masken haben. Schickpunkt. Ach, du Scheiße. Uh. Der Edelstein. Mach auf, der kommt wieder zu. Das ist hier. Yeah. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitz, bedanke mich. Bis dann.